Und damit care, Leute, was geht und herzlich willkommen zu Frustra Fakta. Das Format, bei dem ich euch unnütze, aber interessante Gaming-Fakten liefere und ihr ganz bestimmt was fürs Leben lernt. Im Jahr 2001 erschien das Spiel FIFA 2001, welche diese wunderbare Scratch-and-Sniff-Technology benutzt hat. Vielleicht kennt ihr das noch aus eurer Kindheit, das ist, wenn man an sowas kratzt und dann fängt es an zu riechen. Genau, und genau das hat FIFA auf ihre CD gepackt. Wie cool. Ihr habt dann daran gerubbelt und konntet dann Torf riechen. Ich weiß nicht, wer auf diese glorreiche Idee gekommen ist, aber ey, warum nicht? Einmal bitte was Gutes. Sie wollen also was Gutes? Ui, danke sehr. Der Nächste bitte. Einmal bitte FIFA 2001. Natürlich habe ich das da. Ui, danke schön. Ich will jetzt hier keine Panik verbreiten, aber wusstet ihr, dass Chirurgen, die Videospiele spielen, eine 37% höhere Erfolgschance haben bei einer Operation als Ärzte, die das nicht tun? Also, falls ihr das nächste Mal zum Chirurgen müsst, würde ich auf jeden Fall nachfragen, ob er die ein oder andere Runde Angry Birds gespielt hat. Herr Doktor, Herr Doktor, der Patient, er stirbt gleich. Was machen Sie da? Ich bereite mich bloß auf die OP vor. Wusstet ihr, wie Final Fantasy zu seinen Namen kam? Und zwar der Schöpfer der Final Fantasy-Reihe, dessen Firma war kurz vor dem Bankrott. Und es war so sein letzter Traum, dass noch ein Spiel berühmt wird, dass es bekannt wird, dass er damit gut Geld machen kann. Und deswegen hat er es Final Fantasy genannt. Cooler Fack? Wenn ihr beim Nintendo Switch Pro Controller den rechten Stick etwas nach unten zieht und dann mit einer Taschenlappe oder mit einem Licht einfach reinleuchtet, dann steht da Thanks to all Gamefans. Damit möchte sich Nintendo mit einem E-Stack in ihrem Controller bei uns bedanken, dass wir sie immer unterstützen durch unsere Käufe. Wie cool. Sonic the Hedgehog, unser allseits beliebter Blaue Igel, der mittlerweile auch schon zwei Filme bekommen hat, kann nicht schwimmen. Das liegt daran, weil ein Entwickler meinte, yo, Igel können nicht schwimmen. Und so wurde das dann auch ins Spiel programmiert, damit der Igel relativ realitätsnah ist. Das Problem ist, Igel schwimmen zwar nicht gerne, aber sie können wirklich schwimmen. Lieber Entwickler, beim nächsten Mal informiere dich bitte vorher mehr darüber. Dankeschön. Das RPG The Elder Scrolls 4 Oblivion wurde in ziemlich viele Sprachen übersetzt. Unter anderem auch in Spanisch. Und im Spanischen ist der Übersetzungsteam ein kleiner Fehler anzulaufen. Und zwar wurde das Wort Train für trainieren in Train, Zug, umgewandelt oder halt vertauscht. Und dementsprechend gibt es ziemlich, ziemlich viele lustige Sequenzen, in denen man sich fragt, was erzählt der Typ mir da eigentlich? Ah, hallo, Tappfahrer Reisender. Du bist bestimmt hier, um das Dunkle zu besiegen. Wir sollten vorher aber auf jeden Fall noch hart Zug fahren. Hart Zug fahren ist wichtig für den Muskelaufbau. Hast du Lust, hart Zug zu fahren? Nope. Wisst ihr noch, was im Jahr 2009 war? Richtig, die Schweinegrippe. Und zu der Zeit hat das Angry Birds Team gerade das erste Angry Birds entwickelt. Und man brauchte noch Gegner fürs Spiel. Und anhand dessen, dass gerade Schweinegrippe war und das ein bisschen makaber ist, wurden tatsächlich Schweine in das Spiel als Gegner einprogrammiert. Zum Verkaufsstart war die Playstation 2 der günstigste DVD-Player in Japan, den ihr bekommen konntet. Achso, ja, das war schon der Fakt, ja. Entschuldigung, könnten Sie bei meinem Produktkauf helfen? Natürlich kann ich Ihnen helfen. Was hätten Sie denn gerne? Ich hätte bitte gerne den günstigsten DVD-Player. Ah, da habe ich was Passendes für Sie. Ganz exquisit. Einer der Assassinen in Assassin's Creed 3 ist ein Truthahn. Durch Pfeifen könnt ihr ihn anlocken. Und dann mit Hilfe dieses heiligen Konami-Codes bekommt er eine Kapuze und wird Teil der Bruderschaft. Cool. Tatsächlich ist jeder zehnte der Generation 65 plus leidenschaftlicher Gamer. Jetzt nicht leidenschaftlich. Aber jeder davon spielt ab und zu Videospiele. Also hört euch auf jeden Fall mal bei euren Großeltern um, ob diese vielleicht nicht auch schon in ihrer Kindheit Mario Brothers gespielt haben oder so. Wer weiß. Opa? Ja? Was machst du? Ich arbeite. Für wen? Äh, für Fortnite. Faktensturm. Die Sportschau berichtet, dass Deutschland doppelt so viele Gamer wie Autofahrer hat. Es gibt tatsächlich mehr als 2,5 Milliarden Gamer auf der Welt. Beim allerersten Super Mario Bros. sind Büsche und Wolken eigentlich exakt das gleiche, nur mit unterschiedlichen Farben. Ursprünglich sollte Spyro, der Drache von Playstation 1, eigentlich grün sein. Damit er sich aber mehr von der Umgebung unterscheiden konnte, hat man ihn lila gemacht. Das Spiel The Legend of Zelda für das NES war tatsächlich das erste Spiel, was auf seinem Modul eine kleine Batterie besaß, um den Spielfortschritt zu speichern. Smash Bros. sollte eigentlich ursprünglich gar keine Nintendo-Charaktere beinhalten, sondern Dragon King Fighting Game heißen. Tetris und seine Varianten sind fast für jede Konsole, die es zurzeit gibt, rausgekommen. Die Musik im originalen Doom wurde von den Bands Metallica und ACDC inspiriert. Das meistverkaufte Videospiel der Welt ist Wii Sports mit 82,5 Millionen verkauften Einheiten. Und zu guter Letzt der klassische graue Game Boy. Den, den wir safe alle schon mal gesehen haben, wurde im goldenen Schnitt designt. Falls ihr keine Ahnung habt, was das ist, lest euch in Mathe rein, googelt mal danach. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wenn ihr noch coole Fakten kennt oder wisst, schreibt die gerne in die Kommentare, damit ich sie vielleicht in die nächste oder übernächste Folge einbauen kann. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge Frusta Fakta. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.